hallo meine lieben ja heute habe ich wieder mein lieblings longsleeve an und ich zeige euch das mal aber ich habe euch das glaube schon mal in einem anderen video gezeigt ich weiß nicht ob man alles sehen kann ich glaube ja und es gibt sie wirklich die außerirdischen und die ufos ja und ich habe natürlich auch schon welche gesehen in den 90er jahren und zwar diese dreieckigen war auch schon im fernsehen und bei kabel 1 doko kommt ja mal entscheidend aliens und da haben die darüber berichtet und dann genau diese dreieckigen die ich auch gesehen habe und das war zu der zeit wo nämlich auf der ganzen welt alle diese dreiecke in den 90er jahren gesehen haben ich habe die auch später noch mal gesehen aber da nur noch ein einziges mal ja ich möchte aber gar kein video jetzt direkt über außerirdische in dem sinne machen dass ich jetzt darüber spreche wie die sind oder was die können oder sonst was dafür gibt es ganz andere leute die da spezialisiert drauf sind so ich möchte eigentlich nur ein video machen um die außerirdischen zu ehren so und deswegen habe ich schon eine bilder bearbeitet und die hänge ich dann dran und dann könnt ihr euch die angucken und wünsche euch viel spaß damit und alle die immer noch denken wir sind alleine im universum sind wir nicht auf gar keinen fall ja also viel spaß damit bis zum nächsten video so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020